Hallo neue Freunde, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Olaf? Natürlich, ja, Olaf. Und du heißt? Oh, ähm, ich bin Anna. Und wer ist dieser leicht bekloppt aussehende Esel da vor mir? Das ist Sven. Aha, und wie heißt das Rentier? Sven. Oh, oh, okay, das macht es mir ja leicht. Da hat er doch versucht mein Näschen zu küssen, ich mag dich auch. Olaf, hat Elsa dich gebaut? Ja, wieso? Weißt du vielleicht, wo sie ist? Destiniert. Ja, wieso? Meinst du, du kannst uns zu ihr führen? Ja, wieso? Funktioniert das nur? Au! Hör auf, Sven, ich muss mich konzentrieren. Ja, wieso? Ich sag dir wieso. Elsa muss für uns den Sommer zurückholen. Den Sommer? Mhm. Oh, ich weiß auch nicht wieso, aber ich war schon immer ganz fasziniert vom Sommer. Und der Sonne, wenn's so richtig heiß ist. Ach wirklich? Du hast bestimmt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Hitze. Nö. Nö. Gästsitzki bl Muht dúzt ihr? Vielen Dank.